Route C Route C Passt? Ja Jetzt schau ich was ich das für ein Equip Weiß ich was ich einmal kann Irgendein Viech habe ich angefangen Das setzen wir da gleich aus Misskäfer Eingang Hab ich nix Baum nix Na nix was ich nicht schon hab Teppichbohnen Was ich nicht hab Milton Hm Schau So Ja dann Da ist nix mehr extra zu kommen Was gibt's noch? Da brauche ich noch Injuryatos müsst ihr auch einjagen Hm Aber dafür hab ich kein Ding Hm Versuchungen Beute ziehen Ah ja wohl Ja jage yuryatos Ja super Der nächste Was fallen wird Ja alter Ja jage ratian hab ich auch schon Ja alter Ja Jetzt geht's ab Habt ihr noch alle Quests? Nein Unter Untersuchungen hab ich das Ist noch nix drin bei mir Also ist nix gestartet noch Ja Warte ich bin ja nicht so weit Sooo Dann schauen wir mal Quest Bekannt machen Optional Also untersuchen Und dann Juryatos Töte ein Predator Ich schätz das ist dann eh mehr da Ich schätz das ist dann eh mehr da Ich nehme das mittlere Lager Sooo Alles ready Alles Ja Hier kommt Kurt Oh ohne Helm und ohne Gurt Ja ja das lade Sehr gut Ich bin Aber unterst Ich El Diablo Ich bin beim Diablo Ja Echt ist er da? Irgendwo wird es schon sein Du wird auf mich warten Ich denke ich geh halt ein paar Kristalle sammeln da und mischen bringen Ja wahrscheinlich kriegst du wieder Radtieren Ne So raderlos Spuren Spuren Mäa 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 Ich bin schon wieder vergessen Mein Sack hat leer machen Ich bin schon wieder Ich bin ja Das lade 你的 In Das die 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 braucht Ich bin ja Ich bin ja Es ist halt geil, dass wir mal die Viecher mit Anschlag hin sind, wenn die Explosion halt einfahrt, ne? Gestaton-Panzer. Oh, der Barot ist da. Das ist nicht gut. Zapp. So. Wo wurde der versteckt? Wer? Der Tataratia. Der Tataratia. Obwohl... Da unten bist du ja... Und da bist du schon. Ja, natürlich. Da ist ja rotes Herz, was weißt du noch, wo es sein wird? Ja, da bist du immer geimpfen. Nein, ich hab den ja noch nicht gefunden. Den Theoretus. Der muss beim Wasser drüben irgendwo sein normalerweise. Weil da kommt jetzt der Barot, ne? Der geht drüben spazieren. Ja. Er ist ja der Fisch, ne? So wird ja wohl da drüben irgendwo nach der Wurschtel. Hallöchen! Oh weh. So hat sich ausgeschrieben. Okay. Ich bin schon fertig. Ich bin schon fertig. Ich bin schon fertig. Hm. Huwei. So. Werbung. Wieder ein Million verdient. Danke. Ha ha ha. Ha ha ha. Jaaa. So ist das. Ich hab's davon. Ich hab's davon, weil es mich immer provoziert. So, Nokia. Connect people. Ha ha ha. Pinocchio. Ha ha ha. Das ja ärrt's. Immer. Weil es mich immer ärgert. Immer zu zackieren. Und dann. Reh blärt's mich auch. Ist keiner klein. Da. Scheisshaften. Der nehm ich mit. Wo war denn das scheiss Wasser? Der hüpft einfach runter. Ja. Wild. Willst du mich nachgeschmacken? Willst du mich so einig machen? Da. Da. Du. 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 Hast du was gesagt? Ja. Ich hab ihm gesagt. Ich tu nur ernten. Ich töte. Ich hab zweimal geerntet jetzt bei den. Cool. Ha ha ha. Er hat dich schon angeschlupst dahin. Na. Was hat er gesagt? Ja. Da ist ja auch einer hinter mir. Ich werde immer mehr. Uh. Okay. Ich frasse schon Alter. Die Geierurder. Da ist nicht der Geil, ja. Da ist net' der Geidä. So. Der kommt sch posts wieder. Okay63. Wir gehen halt lieber. Wo war denn das Wasser? Da kommst du im Wald, das gibt es ja nicht. Was suchen wir jetzt? Das war glaube ich unten bei 10. Das Wasser, also das ist ja der Fisch. Ja, der ist hinten unten, halt ganz unten, da rechts. Ja, dann gehen wir dritt in das Lager und dann... ...dann tut los. Wo ist denn das Lager, doch schnell. Da. Ja, ich geh schnell da... ...wenn ich Sachen ablegen einmal. Ja, siehst du, dann passt das eh. Ich geh da mal hochwertige Knochen sammeln. Mhm. Die kann ich gut brauchen. Gut, okay. Machtsamen, Alter. Ja? Die absolute Macht. Das nenn ich bei mir immer so. Ein Knochen. Bei mir gibt's auch immer Machtsamen. Möge die Macht mit dir sein. Ja? Vor allem ein Samen. Mhm. Was sammelst denn du jetzt da? Ah, Gecko habe ich gesammelt. Dreck? Gecko. Gecko. Eindrecksen. Achso, Gecko. Die sind da unten, da unten. Da hängt mehr auf hier mit. Mö. 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 Ich komme da jetzt raus zuha. Ich pack die ganze Familie ein da. Vielleicht line der verkauft muss oder so. Alte Rattie an vom Spun. Alles sehr gut. Warte mal. Vielleicht find ich da auch, dann hast du es gedoppelt und dann könnt's noch schneller vielleicht. Was denn? god mal. Vielleicht find ich da auch, dann hab ich das gedoppelt und dann gibt's noch schneller vielleicht. Ja, vor allem da sind Raddieren-Fußspuren und alte und unbekannte Raddieren-Fußspuren, also das ist schon beleingartig. Raddieren. Naja, du hast es sammelt. Naja, jetzt habe ich ja da die alten, alte, unbekannten Fußspuren. Naja, da ist noch mal Knochenhaft, sowas. Wo Material liegt. Da ist ja Knochenhaft. Ja, den habe ich schon. So. Wie, 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 wo sind wir da jetzt? Jetzt sind wir da irgendwie bei 12 und wir sollen oben zu 10, aber eigentlich brauchen wir nur da runter jetzt. So, da ist das da. Ist da irgendwas besonderes dann dabei bei dieser heutigen? Tartfuch. Tartfuch. Oh, ist eine besondere Blume. Tartfuch. Und blau alle. So. Und da, dickhäutige Fuch. Oh, jetzt kommt der Tief eine. Jawohl, da habe ich was Tiefes gefunden. Felsenfrucht. Hartfuch. Hartfuch. Frucht. So. Bitte. Bitte, Titte. So. Titte. Danke. Titte. Mö, war's, ich will hier. So. Eple, ich will. Am €ig. Da. Hier steht er. Mit mir zumculpt. Da ging er noch. Da schwingFT dich! Ich bin grad beim Kaktus, aber da hinten blinkt er. Da ist der Schlamm, den nehme ich zuerst einmal mit. Ey, war der nicht so schnell? Der ist schneller, gell? Ja, der ist nervt. Schauen wir mal, wie er tut. Ich lieg schon wieder in so einem Scheißhaufen drin. Hoppala. Bei mir da. Schreist du so? Uiuiui. Und der flüchtet schon oder was ist mit ihm? Naja, ist ein bisschen darmisch. Ich komm nicht zu, weil das Scheißwasser ist so nervig. Ich vergesse nicht essen. Aber, das Ding ist mir geschiss abgehoben. Oh, wir müssen uns einstecken. Dass ich ein bisserl Energie hab. Oh, weh, oh, weh. Oh, weh, oh, weh. Hat er noch wüssten jetzt? Oh, weh. 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 Oh, weh, weh. Oh, weh, weh. Weh. Oh, weh, weh. Ja, das war's. Ich hoffe nicht der andere kommt gehört. Ja. So. Das ist ein kleiner Mund, irgendwie. Den hat man nicht so Angst. Ja, ich weiß nicht. Jetzt sind wir reich, meint. Ja. Der ist schon, ja. Ja. Da hat er was fallen lassen, glaube ich. Ein Material. Da liegt was. Nein. Scheiße, ich muss weg. Ich glaube, er geht da. Wo ist der? Wo ist der? Der Material. Schuppe. Schuppe plus. Oh, er tut ihn nicht immer. So. Was tut er da hinten? Er kommt jetzt wieder zu. Jetzt ist es doch nochmal überlegt. Ja. Muss ich nochmal schlecht haben. Komm. Ah, weh. Kannst du mal besser finden? Das ist ein Fischer, oder? Das ist eine gute Biene. Ja, bitte. So. Jetzt lauf, dann lauf. Hm. Ebriger Schlamm, bitte. Mitnehmen. Damit der steigt, bitte. Mhm. Mh. Oh, er ist einfach. Ja. Wie ist es denn? Na komm schon, geh weiter. Ja, sind wir gut unterwegs. Nja, eh. Misch wir schon auf. Es geht leichter als mit den anderen. Nja. Von der Schärfe, auch seh ichs nachwitzen. Ja, aber alles allgemein schneller und... Nja. Was denn? Ich finde die jetzt nicht wirklich schwer. Ich meine, bis jetzt halt schwerer. Nja. Kommt schon nach, geh. Ja, wahrscheinlich. Na gut, das waren ja auch allgemein die etwas leichteren, immer nicht. Hm. Da is er, ah da hinten. Ah, da is er schon. Ah, vorte ist schon herum. Ja, oder die zu. Ja. Ja, da is er so am Pfund nach. Ich glaub echt, ja. Ja. Ab und da. Wissen. Wissen. Oder wie du da wieder fern, pischen? Ou weiss, oder? Ich weiß nicht, wie kann es sein. Das hat ein Schweinchen. Wissen. Ja, du musst dich halt auch auch... aus einer Lange mal drehn, alter. Ah, ich bin ja geblitzt, Dinkst. Mann, jetzt häng ich da mit dem scheiß Schlumpf in der... Huh, huh! Was tut er denn jetzt? Achso, ist ja eklamisch. Bist du vorhin geflogen, oder? Hm. Das ist hier wie der Hund erwachsen. Da. Komm her, da. Sehr gut. Huhu, huhu! Das ist echt so ein Scheiß! Jetzt läuft der. Huh! Von dem geschlagen. Ich versteh' jetzt ein Revierkampf, oi! Wo? Der ist auch dahin, da steht der Baron! Okay, dazu mit dem Wurzeln. Ich geh mich schärfen. Die haben sich grad ein bisschen... Alter, über 1000, oder? Ja, je, je, je. Was ist jetzt? Wer macht das rein? Da wär die Falle. Hm. Kommt her? Ja. Eine da, hopp, hopp. Ja, komm jetzt. Ja, komm jetzt. Was sind beide da wie angeschissen? Ja. Ja, was ist mit dem? Du feige Sau! Ja, okay, na jetzt. Ja. Ich muss da fuhren, muss fuhren. Ich sehe Material. Ah ja. Mach es auf! Oh, hat sie ausgezahlt. Noi! Okay. Tja. Ich weiß nicht, was er tut. Ist schon vorbei der Revierkampf, oder? Ich hab da jetzt aufgereissen, oder was? Ich weiß nicht. Wo ist es noch? Wo kommt der Revierkampf? Ich muss weg. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hm, Material. Jetzt geht ein Erntel da. Mein Gott, der Volk. Wo ist denn unser? Da hinten. Wir haben auch gerade frei geschwimmen. Ich hab keine Ausdauer. Oh weh. Was ist da jetzt? Haben sie alle beruhigt jetzt wieder? Ja. Das schaut so aus. Das Revier kommt vorbei. Jetzt haben wir, dass wir keiner das Revier haben. Da musst du noch über Material liegen. Hm. Ja, stimmt. Der da bei mir, ja. Da. Ich hab noch Gewinner. Wibbern, Träne weiter. Hm. Alle Wibbern, Träne. Du Wibbern. Also Wibbern. So, das ist eh's mal Ausdauerinsektens. Ja, kein Ausdauer. Ah wei Ich glaube der ist schon ziemlich erledigt das Fächer Ich bin schon schlafen gegangen wieder Ich komme Chicago Nein, da schläft noch nichts Ja, da geh ich Fußspuren holen So Hallo Ich bin schon da Ich hau dir Wo ist denn? Ich bin da Immer schön, eben Siehst du ja hinter mir, Alter Boah, da hinter mir sind die Fisch, Alter Ruft mir auch da Action Jackson Gibt's das? Steh auf Naja Geh Reiß so Ach das wird es weh, du Ah 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 Zeppert im Schädel Geh Blödes Viecher Ich bin da Ich bin da Ich bin da Tobcar Bei Von Fl Burns Ort selber chúng und den Harz er Was schwimmt denn wieder hin, so blöd? Ja, das ist nicht schlecht. Was tut dann? Nicht schlecht. Kommt der nochmal her, oder? Ja. Hopala. Oh weh, ich muss weg. Ich muss weg. Wo du mir deine Farben hinlegst? Ich komme mit dem Boot, ja gar nicht hinten auch die Ohren durch. Ja, spuck mich auch. Oh. Mei, darf ich mal ein bisschen zurückkommen zu dir, das ist ja. Bis ich drüben bin, habe ich keine Lämmsinnere gegeben mehr. Das ist traurig. Ja, schön. Hopala. Oh, oh, oh. Jetzt wird es aber klar. Da ist er nicht. Da ist er nicht. Nein. Ja, genau. Ja, genau. Oh Gott. Stirb doch eigentlich jetzt einmal. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss doch nicht weg. Das ist ein Kaaschschiff. Das ist ein Kaaschschiff. Nein, das geht nicht mehr so gut, ne? Da hebst du's wieder ab. Naja, aber er war weg. Da, ein bisschen Energie tanken da. Wetzen. Geht's gerade anlegen schon? Ne. Beide sind runtergekommen. Jetzt sind wir schon so fertig, Junge. Ich schmeiß ihn mit dem Starn. Wo ist denn das der Kopf? Kann man gerade aufstehen, ne? Naja, das hat schein greift du. Ja, ich mein. Ja, ich mein. Ja, ach, sch... Reinig ihn auch voll nochmal. So. So. Jetzt haben wir ihn schein. Am Land. Ja. Oh Gott, schein netter. Jetzt ist er gleich fertig. Jetzt ist er. Ja, ich bin richtig. Ja. Ja, ich bin richtig. Ja. Ja, ich bin richtig.